Musik Sie befinden sich im Hotel Sonnerhus an der Sonneckstraße 17 in Zürich, das über hauseigene Parkplätze verfügt und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist. Wir bieten unseren Gästen helle, individuell eingerichtete Zimmer, die aus einem Mix von Stilmöbeln und modernen Komponenten bestehen. Außerdem verfügen die Zimmer über Fernseher, Minibar sowie gratis Internetanschluss. Untertitelung des ZDF, 2020